in der themen höchster klasse klasse klassengesellschaft leben wir in einer klassengesellschaft darüber möchte ich aber heute nicht reden denn mein heutiges thema ist er die welt in den wir haben hier nachschub anfragen die wir bringen und müssen nun wahrscheinlich mit doma sprechen auf was wir dazu sagen wir werden ihn persönlich fragen nachdem wir beim lehrer waren und geguckt haben ob er noch was für uns offen hat ja das muss man auch machen hebenjot hat ein hebeproblem der tonus fragt ob ihn wer in der wäsche aber riezen riezen kann anscheinend schlecht scheint ganz schlecht ganz ganz schlecht aber wenn wenn man das so machen müsste mit diesen mit fehl ist kann er ist ja wenn mich erlaufen sehen dass wir auch nicht so ich mich wahrscheinlich nicht die ganze den schwarzen balken vor mich setzen und so da bräuchte man es wenigstens sehen die idee ich fühle einfach oder ich fühle einfach in smiley ein der animiert ist er müsste bloß so vorm dienst stehen und dann kann er die ganze blablabla so sich bewegen und ob sie so tun als würde reden sache ist gerecht ja jetzt mal mehr oder wir brauchen auszeichen miche welche da ist das 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 wilderschlag zu haben wir ja schon wilderschlag zu ja ja wird schon kaufen ich bin so arm wir müssen lernen wir müssen für die hausbewohner müssen wir nicht lernen wir müssen das lernen wir müssen das lernen wir müssen das lernen wir müssen das lernen das das und das und das das nicht so haben wir jetzt alles gelernt und durch uns noch was offen was war es für eine kaste ja was oder die heimkehr könnten eigentlich auch mal hier dazu haben weil damit tun wir ja ins haus zurück so was brauchen wir dann luftgefährliche außer wenn sie muss in der luft bewegt und unfähig nur für bodenziele jetzt brauchen wir auf jeden fall weil ohne das tun wir nicht mehr klar provozieren 2 hat es natürlich nicht aufgewertet oder wir brauchen ja die 2 seismische welle 2 da rüsten wir die jetzt auch auf mit dem so was haben wir wieder haben wir noch nicht die verbesserte ausdauer ist noch stufe 1 körperschlag haben wir noch nicht setzen wir den doch mal hier rein naja dann können wir auch das hier rüber so ähm kräftiger hieb 2 jo und die flügelklinge so naja setzen wir doch hier auch so rüber so haben wir das gemacht wir könnten ja eins in uns ist mir immer raus lassen fällt mir gerade so ein wär man nicht eigentlich so ähm mjol status warum beachtest du nicht manchmal redet ich an die anderen mjol denken sich dieses rüber gibt einfach nie ruhe dann lassen sie mich was dann lassen sie mich alleine aber das ist schon in ordnung dann kann ich mit mir selbst sprechen schließlich bin ich ein hervorragende gespräch partner ja dann streichern wird euch mal das ist das netteste was ihr seit langer zeit gesagt habt ihr seid natürlich grundsätzlich sehr nett aber acht ihr wisst schon ja ich kümmere mich zu selten um es ja ich weiß jetzt kannst du aber erstmal trainieren so hm trainiere du musst mehr trainieren und jetzt können wir es nochmal bürsten nach anstrengender bürsterei und jetzt können wir es nochmal streicheln so und dann kommt doch mal mit wir müssen jetzt hier wieder raus äh hier lang ja Mio Koko kommt mit Koko ist nämlich ein liebes Koko ein ganz liebes Koko ist Koko ja was ist denn hier für ein Menschenauflauf das ist ja unglaublich unglaublich alle treffen sie sich hier ich weiß nicht was hier los ist ist hier irgendwas besonderes äh ich weiß nicht äh nö eigentlich nicht oder oder doch ich weiß es nicht wenn einer von hier mal das die folge sieht der grad jetzt grad hier steht Sag bitte doch mal, bitte, was hier los war, woher hier alle stehen. Naja, ich weiß, dass die Perner und kostenlose Dinge aufergeben werden. So. Äh, das müssen wir... Das stimmt, wollen wir mal... Throna, scheiß Alice, man können... Mann. Können sie nicht mal nett sein und nicht immer so unfair und noobskillen? Eben, ist genau meine Sache. Halt deine Freizeit mir nicht dazwischen, man. Äh. Ja. Ja, ja, gut. Ähm. Wie wär's, wenn ihr alle mal noch eben eine Runde zu haben, Knicke geht? Ja, das wäre eine gute Idee. Wir gehen auf zum Knicke. Äh. Is halten, Belusan, Moorheim. Ach, ich wollte ja nicht verkaufen. Ach, machen wir da in Moorheim. Das geht ja auch super. Äh. Koko? Koko. Koko. Koko ist da. Koko ist da. Koko mal wieder. Koko ist da. Und wär er nicht da, dann wär er trotzdem da. Koko ist da, wenn niemand da ist. Ja. Ähm. Den Gürtel brauchen wir vielleicht noch. Den, das Amulett, das können wir uns auch aufheben. Das können wir vergrufen. Das können wir uns einfach vergrufen. Äh. Ja, die Ballower haben Quelle der Spanien. Aber die Ballower haben Quelle der Schwerkraft darüber. Die Legion Late Night. Äh, schon. Ne, keine Ahnung. Die Legion. Und auch hier, die Ballower haben auch Quelle der Spaltung. Aber die Legion Late Night Pioneers hat Quelle der Spaltung verloren. Ja, das tut mir aber leid für die Legion. Ich habe keine Zeit dafür. Ähm. Oh, die ist Ruhle. Da können wir ein paar kaufen. Ähm. Ja. Hm. 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 Das können wir eigentlich auch wirklich verkaufen. Das nicht. Den wollte ich nur anziehen. Äh, Verzeihung. Stein. Ja, ja. Und Würfel 2. Haben wir Mana. Haben wir hier Eisenerz. Haben wir hier... Das kann mir auch mal interessant sein, was das hier ist. Ich habe keinen Plan, was ich damit anfangen soll. Aber ich höre das mal auf. Da Ruhle da und da Ruhle da. So, gibt es hier 10.000 Verkaufen. Und jetzt... Nee, nee, nee. Okay. Äh. Was wollte ich jetzt? Ich wollte... Ort. Okay. Ich wollte nicht Ort. Ich wollte eigentlich... Den... Ring des alten Geistes austauschen. Ja. Ach so, ja. Ich muss erst an mich gebunden werden. Oh. Ah. Entschuldigung. Ähm. Den müssen wir austauschen. Nee. Den wollten wir nicht austauschen. Den wollten wir so. Was ist denn das hier? Wow. Äh. Wir haben hier noch etwas, was nützlich sein könnte. Ich habe keine Ahnung. Nö. Dann... Verkaufen wir gleich nochmal was. Wir verkaufen gleich. Bevor wir es wieder vergessen. Den Schirm. Und den... Nee, 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 nee. Das nicht. Das aber. Vertaufen. Und zu. Und zu. So. Jetzt müssen wir... Was müssen wir jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut null Börren. Wir können ja... Wir dreamen. Gab es noch so ein Bettler. Der wollte da auch oben was haben. das hat man letztes mal nicht angenommen da ist der bettler ein guter tag wollte ein geheimnis wissen annehmen 500 für 500 kino fertig und ein kleines geheimnis das hier habe ich auf das auf der straße gefunden aber ich habe es behalten denn ein bettler der etwas zurückbringen will wird schnell beschuldet es geschulden zu haben draußen wenn ihr so gut wird es nicht voran euch ein lieb zu was ist es ist ein schuss im lager ausgleich verwaltet das auch aus ja wir müssen zum krall wo ist der herr krall der ist vielleicht hier drin da ist der otis der krall ist nämlich hier drüben um das ist asti aus dir ist bitte hier ist euer schwert ja das machen wir auch mal so nebenbei haben wir das jetzt mal gelöst war auch extrem schwer gerade die quest also da gehört schon einiges an gedanken arbeit dazu um das zu lösen ich will aber eigentlich zu dem hier mal der ist drüben ist ja was ist der ist der krall also muss ich zu dem wo ist der krall der krall der lagerverwalter krall der lagerverwalter der hat's drauf manchmal zumindest und so kann auch mal gar nichts dass er nämlich gerade da hat man schon null ahnung was er überhaupt tun soll in seinem beruf also aber einfach nur ein lager verwalten mehr soll nicht und mehr ist auch nicht ja es ist nie lustig keine informationen vermisse das hier und so so da kann man ja eigentlich was noch ändern machen oder nicht oder nicht oder hm nach hinten naja wir nehmen es mir jetzt innen an so ja da müssen wir hier wieder laufen bis dort hinter ja da war es wahrscheinlich diesmal nicht geworden aber ich bleib mit dem gmlp also ich probiere es mit dem in verbindung zu bleiben wenn es klappt können wir nochmal schnell den prüfen jo da können wir den bürsten dafür natürlich nicht ausbreche dafür ein bisschen doch schließlich da sonst würden wir nämlich einfach abhauen ja genau ja ja das würden sie die sind ja so können wir jetzt sehen nochmal irgendwas geben ja ja ihr habt eine stunde gespielt oh mein gott ich habe 10 kina ja schon wwwwww so da würde ich sagen machen wir schauen wir mal nächstes mal vielleicht klappt es dann mit dem gmsp 98 ansonsten sehen wir uns trotzdem normal weiter hier bis dahin würde ich sagen hm muss ich ja mich auch erstmal in der Gülde verabschieden in der Legion so bin dann mal weg bis denne so also bis denne sollte ich dann auch einfach mal oder bis morgen weiß ich nicht mal gucken macht's gut und tschüss sch